Bester Shop in 3, 2, 1 Komm, Junge! Oh, damn, booooy, da ist er! Oh, shit! Der Ball sieht heftig aus, ne? Perfekter Burst! Nein, Bro! Bitte, nein! Boom! Bisschen gefeffigert beim Aim, aber nicht schlimm. Das Team wurde ausradiert, aber von ganz anderem Kaliber, man. Super! Ja, gib mal deine Minis, danke dir. Oh, ne, ja, wieso nicht? So, ich bin auch noch Gegner. Boah, ich bin fast reingefallen. Wahrscheinlich neuner Hit, oder? So, warum hat der sich hier... Aha! Da ist noch ne Falle, okay. Also, wenn hier eine ist, die lässt die... Ha, die lässt einfach jeder immer liegen. Oh! War doch klar, dass der da oben ist. Auf dem Dach. Oh mein... ...Gottnis! Ich hab den nicht mal gesehen! Das war nur ein Predict-Schuss! Boah, der wird so heftig gerusht, Leute. Der wird sich anders fragen, wo vorne und hinten ist. Was ist, ob der eliminiert wurde? Er hat doch nur einen Knocked jetzt, oder? Hä? Jemand hat ihn wohl gefinisht. Na, da hinten gehen die Gunfights, okay. Das wär's jetzt aber auch gewesen, Leute. Wenn der Schuss jetzt auch noch gesessen hätte. Komm, Carbide. Halt an deinen Kopf, Mann! Hm. Sind ja hier irgendwo alle. So, der Carbide, um den will ich mich gerne als erstes kümmern. Da oben. Weil er auf den richtig die Peak-Position hat. Und da oben auf alle herabschaut, sagen wir's mal so. Oh, wie nahm wir denn hier? Aha! So. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh fuck Uncool, uncool, uncool Ciao Runter Oh Boah, die wurden die hot geraped Da kenne ich gar nichts Fuck, war das spannend, Leute Ja, nehme ich gerne mit, das Medi-Kit Wie weit ist mein Weg Oh, weit genug, Mann Ich muss los Fuck, wie spannend war das denn Ah, wie viel haben wir 2.20 Uhr und direkt so intense Gunfights Eklig Sehr eklig Schlecht fürs Herz, sagen wir es mal so Ah, damn Ich hoffe, aus der Runde wird noch was Das wäre zu geil Aha, die rushen mich Ich hoffe, aus der Runde wird noch So, Bruder, mach mal halblang jetzt, okay Alter Der mir jetzt nicht so ein Ultrat gegeben, oder? Heftig Darauf wir es mal Direkt hochhielen, Alter Kranker Typ Ja, gehen die Falle Schade, er hat es gesehen Er ist nicht dumm Ach, halblang, okay Du nervst schon ganz schön hart, Alter So Nächstes Team weg So lobe ich mir das auch Ja, die Falle hat die auch schon ein bisschen aus dem Konzept gebracht Aber auf Safe-Hall-Basis Komm, nimm das mal mit Danke dir Nimm das Mediacal auch noch mit Ey, leck nicht rum, bitte Oh nein, letzte Team Oh nein, letzte Team Och man, einer gegen vier Muss das sein Muss das sein Einer gegen vier, wirklich? Muss in ihre Richtung Ja, die rushen mich des Todes einfach Mauf Positives Positives Midiacal Want Positives Ich fass es nicht Ich bin so one shot Ich bin so fucking one shot Oh fuck da ist ja auch noch einer Oh mein Gott das war so lässig wie So cool wie der Charakter auch aussieht War das lässig man Aber es war noch zwei am Leben Ich bin auf 5% Leben